hey hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal und heute geht es wieder um ein balkon kraftwerk von privat 820 watt peak und 600 watt die wir einspeisen und ich hatte ja gesagt ich möchte euch dann mal zeigen was ich im monat mal mit dieser anlage hier produziert habe was ich davon eingespeist habe und was ich selber verbraucht habe und das würde ich hiermit machen zuerst einmal wie schon in meinem letzten video gezeigt habe ist das nicht der komplette mai sondern von 10 5 bis 31 5 aus dem folgenden grund da ich erst am 10 5 mein digitalen zähler bekommen habe der mir also sagt was ich einspeise und was ich beziehe und deswegen ist dies kein kompletter monat ich würde sagen wir gehen wir kurz an den rechner und dann schauen wir uns ein paar daten an und erzählt ja noch ein bisschen was darüber also ich würde sagen wir wechseln die perspektive und auf geht's in ordnung schauen wir uns jetzt mal den ertrag von juni an ich gehe jetzt mal über talent monitoring.com und wir gehen wir auf monat und zwar dies da das ist mein monat und ihr seht leider ist das nicht sehr zuverlässig hier die werte werden hier aufgezeichnet aber naja wir gehen auf ja und wir gehen wir hier auf dem fünften und zwar im mai und da hat die anlage 69,78 kilowattstunden erzeugt und ich hatte ja gesagt dass wir oder dass ich erst ab den zehnten fünften anfangen zu rechnen und wenn wir uns jetzt hier die es mal genauer anschauen wir gehen mal auf monat und zwar und hier ab den zehnten fangen wir an mit 1,42 kilowattstunden und bis zum 31 mal wo die anlage dann 3,11 kilowattstunden erzeugt hat und da habe ich das auch schon mal zusammengerechnet und am 10 mal beziehungsweise am 9 ist damals der digitale zähler reingekommen ich habe aber erst angefangen am 10 mal aufzuzeichnen und ja zwei kilowatt waren schon drauf auf den zähler und im mai stand dann der bezugs zähler auf 132 kilowatt die zwei abgezogen da sind wir dann auf 130 der einspeise zähler also die die einspeisung zähler stand da war schon einer drauf am ende des monats stand dann 29 wir ziehen also ein ab also haben wir 81 kilowatt eingespeist und vom zehnten bis zum 31 juni haben wir 53,601 kilowatt erzeugt das ist jetzt nur was für mich hier die bezugskosten ja von 130 sind wir bei 52 euro wenn wir jetzt natürlich die 29 von den erzeugung abziehen sollten wir dann auch den eigenbedarf errechnen können und er liegt bei mir bei 25,601 kilowattstunden jo ich habe da ziemlich viel eingespeist und es geht leider nicht anders ich bin halt ein sozialer mensch ich verschenke gerne meinen strom meine ersparnis oder ja was ich damit erspart habe liegt bei 10 euro 10 euro und 27 cent bei einem strompreis von 0,40 und ja anlage hat gekostet 885 und damit haben wir schon ein bisschen was abgeknappert von dem und liegen jetzt bei 874 und 72 cent ja so schaut das aus als nächstes wäre dann der juni dran da haben wir dann einen vollständigen monat da bin ich schon sehr gespannt was daraus kommt wobei diesmal sagen muss nicht nur dass jetzt hier die app hier beziehungsweise der server hier nicht korrekt aufzeichnet mein verbrauch wie dem auch sei ist nämlich gestern auch noch die shelly app abgeschmiert für eine stunde oder sowas wir sagen tag bitte ein zurück und zwar genau hier in der zeit von 12 bis 13 uhr ja da war plötzlich mein die shelly tot und hat dann nicht mehr aufgezeichnet also wir haben hier bestimmt noch mal 500 watt gemacht hier fehlen bestimmt noch mal 500 watt also irgendwie wird es bei mir nichts mit genauen aufzeichnen heute zum beispiel immer bei 2,71 kilowatt die stunde hätte mehr sein können aber ich habe da ein bisschen was experimentiert aber dazu im nächsten video und hier ist das komplett alles aufgezeichnet aber wenn ich dann auf monat gehe dann zeigt er mir hier für den dritten heute ist übrigens der dritte sechste nur 130 watt aber wie gesagt ich habe da ein bisschen rumgespielt und ich glaube das hat er nicht ganz so verkraftet gestern waren wir bereits 3,65 watt dazu aufgezeichnet ja am ersten keine ahnung ob der server keinen bock hatte aufzuzeichnen die der wechselrichter geschickt hat ist natürlich echt doof er sieht übrigens in der talentum app nicht anders aus ja soviel jetzt zu den ertrag im monat mai und ich hoffe mal ihr fandet die informationen oder die daten informativ dann würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen ihr dürft mich gerne abonnieren wenn ihr das nicht schon habt und ansonsten würde ich nämlich jetzt sagen sie mal mit diesem video durch und wir sehen uns dann zum nächsten was übrigens auch noch mal mit der pv-anlage zu tun hat also mit meinem parkunkraftwerk aber um was es sich da handelt seht ihr natürlich dann nächsten video also wie gesagt nicht vergessen zu abonnieren oder schaut mal so wieder vorbei und ich sage jetzt erstmal macht's gut und wir sehen uns im nächsten video auf meinem kanal also dann tschau dann in im 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 Untertitelung des ZDF, 2020